Wir haben die 23.08.2022, das ist 9.55 und schon ist die Bachstelze wieder hier. Ich weiss gar nicht was ich jetzt durch die Seite gesagt habe, aber das habe ich sie schon gesagt. Da ist sie. Dort ist noch die zweite. Jetzt schaut sie, sie hat sich gestreckt, weil sie die andere gehört hat. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie auch eine Tube. Und eine Schwalbe gehört man auch. Ah, da hinten weiss man ein bisschen von oben. Seht ihr, das sehen wir uns von Schwalbe. Jetzt ist es 9.56 Uhr, wir haben den 23.00 Uhr starten 2022.